Willkommen zu einem neuen Unboxing von mir. Und zwar habe ich mir ein Disco-Licht bestellt von Eurolites. Und das werden wir jetzt mal anwachsen. So, da sehen wir schon was. Und da haben wir es auch schon. So, hier die Eurolite FE19. Ja, das ist ein Disco-Licht. So, dann mache ich das mal alles hier auf. FE heißt Flower-Effekt. Also ist so ein Blumen-Effekt. So. Dann haben wir hier einmal die Betriebsanleitung. Wow, das ist richtig groß, das Style. Das habe ich mir gar nicht so groß vorgestellt. Auf jeden Fall, hier sind schon mal die Anschlussmöglichkeiten. Naja, Anschlussmöglichkeiten jetzt nicht. Hier kann man einmal die Empfindlichkeit von dem Mikrofon einstellen. Hier ist nämlich ein Mikrofon eingebaut, das das Bass annimmt. Das geht nach dem Rhythmus, das Disco-Licht. So, wenn wir jetzt einmal hier gucken. Hier sieht man so Spiegel drin. Das macht den ganzen Flower-Effekt aus. Ja, das kann man so aufhängen. Und ja, sonst ist da nichts dran. Das war es dann von meinem Anwaxing. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.